An dieser Stelle sollte eigentlich unser erster Beitrag über das Pressesymposium Geimpft, Geschädigt, Geleugnet und Nun, das am 16. März in Vilsbiburg stattgefunden hat, zu sehen sein. Grüß Gott, meine sehr verehrten Damen und Herren hier vor Ort und auch zugeschaltet über die Streaming-Kanäle an den Bildschirmen zu Hause. Doch bereits vor Veröffentlichung wurde das Video von YouTube entfernt. Da der Inhalt gegen die Community-Richtlinien verstößt. Unser Beitrag beinhaltet einen Zusammenschnitt von zwei Fachvorträgen und ist auf unserer Homepage zu finden. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung.